Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem Mark in Motion Podcast aus dem Zwischenraum. Mein Name ist Gabriel Schumot, ich bin der Kurator des Zwischenraums und heute unterhalte ich mich mit Jeannette Kokott. Jeannette Kokott ist die Kuratorin der Ozeaniensammlung bei uns am Haus und hat auch in den letzten Monaten eine Ausstellung mitkuratiert, die heißt Im Schatten von Venus, Lisa Rayana und Kunst aus dem Pazifik. Und ich freue mich sehr, dass du da bist und dass wir heute über die Ausstellung und ein bisschen die Ozeaniensammlung breiter sprechen können. Vielleicht können wir damit anfangen, was diese Ausstellung überhaupt zeigt. Was wird da sozusagen? Ich freue mich auch, dass ich die Gelegenheit habe, diese Ausstellung heute hier nochmal vorzustellen. Und ganz großartig ist natürlich, dass wir sie verlängern konnten. Eigentlich würde sie jetzt schon allmählich in den letzten Zügen auslaufen. Coronabedingt konnten nur ganz wenig Leute die Ausstellung bis jetzt sehen. Und Ausstellungsprojekte sind immer mit vielen Beteiligten, mit viel Aufwand verbunden. Und das ist jetzt einfach eine ganz großartige Gelegenheit auch, dass uns die Künstlerin die Erlaubnis gegeben hat, die Ausstellung noch länger zu zeigen. Und gerade vor dem Hintergrund, dass Reisen momentan für viele auch nicht mehr so ganz bedenkenlos in Angriff genommen werden, ist das vielleicht die Möglichkeit, in dieser Ausstellung doch Aspekte des Pazifiks kennenzulernen. Zumal gerade das eine Hauptwerk der Ausstellung, nämlich das Werk von Lisa Rayana, In Pursuit of Venus Infected, thematisiert gerade Begegnungsgeschichten. Sie greift auf die Reisen Cooks zurück, die sie aus ihrer Perspektive neu erzählt. Und da geht es eben um die Begegnungen, die auf den Pazifischen Inseln stattgefunden haben, die Missverständnisse, die Begrüßungszeremonien. Also es ist eine große Vielfalt an verschiedenen Szenen, die sie im Rahmen eines Panoramas, einer großen Videoinstallation zusammenführt. Und die Inspiration zu diesem Werk kam zum Teil von einer französischen Wandtapete, die so um 1805 von der Tapetenmanufaktur in Frankreich hergestellt wurde, von einem der Illustrator Jean-Gabriel Jarvis lieferte die Illustration dazu. Und das war eben ein Werk, das im Nachgang von Cooks Reisen etwas von der Rezeptionsgeschichte dann auch zeigte. Die Begegnung mit den Edeln Wilden, es war eine sehr exotisierende Erzählung, die da eigentlich dann auch einsetzt, teilweise romantisierend. Aber auch als Lisa Rahana zum ersten Mal diese Tapete auch in Museumsbeständen sah, löste das bei ihr offensichtlich sehr viel an Reflexion aus, auch das Bedürfnis, selber die Geschichte zu erzählen. Sie fand in der Art und Weise, wie Menschen aus dem Pazifik dargestellt waren, von den pazifischen Inseln, die Bewohnerinnen, keinerlei Bezugspunkte oder Anknüpfungspunkte für sie. Das waren teilweise fantastisch europäisch überformte Fantasien, die sich da wiedergefunden haben mit einem eben exotisierenden, auch kolonialen Blick. Und ihr Projekt stand in diesem Zusammenhang eigentlich auch in der Wiederaneignung der eigenen Geschichte. Und sie setzt an und nimmt eben auch wieder Bezug auf die Reisen Cooks, nimmt aber dann auch sich die Freiheitsszenen, wie sie sich zugetragen haben könnten, in Szene zu setzen und mit Darstellerinnen auch von den pazifischen Inseln dann nachzuerzählen und zu spielen. Ja, diese historische Tapete, die Erzählung dahinter oder die Geschichte dahinter, die ist ja auch so ein bisschen der Teaser, der jetzt hier im Zwischenraum zu sehen ist und der dann verweist auf die Arbeit von Lisa Reihana in der Ausstellung. Und die verlängern, wie genau, du hattest gesagt, die verlängern, wie verlängern die jetzt bis Anfang Oktober verlängert, also sozusagen wirklich noch jetzt über den ganzen Sommer und den Frühherbst hinein. Und vielleicht, was irgendwie ganz interessant ist, ist, dass natürlich dieses eine Hauptwerk irgendwie zentral ist für diese Ausstellung, so eine große, wie viele Meter sind das? Weit über 20 wahrscheinlich, so eine wirklich sehr eindrucksvolle Videoprojektion. Und das wird in ein Verhältnis oder in ein Gespräch letztendlich gebracht mit den historischen Sammlungen, die wir bei uns im Haus haben. Und das hatte ich sozusagen, das ist ja auch was, was wir hier im Zwischenraum häufig aufgegreifen, aber auch insgesamt irgendwie der Neupositionierung sehr, sehr zentral ist, wie wir historische Sammlungen aktivieren, wie wir irgendwie Zugänge dazu entwickeln. Vielleicht kannst du das auch ein bisschen aufgreifen und darüber berichten, wie du und wie ihr, das ist ja ein Kurator und ein Team gewesen, du hast ja mit Emilie Chakileng da zusammen diese Ausstellung kuratiert, wie ihr beide diese Aktivierung, diese Auseinandersetzung mit den historischen Sammlungen, ja, wie ihr da vorgegangen seid in Bezug auf die Ausstellung. Ja, es sind eigentlich jetzt ganz, ganz spannende Fragen. Eben, du erwähntest ja auch, das eine Hauptwerk von Lisa Rahner macht ja nicht die ganze Ausstellung aus, sondern da kommt als zweite Komponente natürlich tatsächlich auch noch der Sammlungsbestand aus dem Haus mit ins Spiel. Und für Emilie Chakileng und für mich war das ein sehr spannender Prozess einerseits, uns auch diesem Werk von Lisa Rahner nochmal anzunähern, und aber dann auch wirklich die Fragen, die auch bei Lisa Rahner im Hintergrund standen, irgendwie auch in unserer Sammlung wiederzufinden und aufzugreifen und auch in, dass sozusagen dann auch eine Art Dialog stattfinden kann zwischen den Beständen unserer Sammlung und den Fragen, die in dem Werk von Lisa Rahner anklingen und durchklingen. Das eine ist zumindest jetzt spannend, diese Wahrnehmung, dass, also wir haben jetzt hier gewissermaßen auch eine Herausforderung, einen gewaltigen Zeitsprung, wenn man so möchte. Wir haben ein modernes Kunstwerk und wir haben eine historische Sammlung. Uns kam es jetzt natürlich sehr zugute, dass genau das auch eine der Fragestellungen ist, die auch bei Lisa Rahners Werk eine Rolle spielt, da sie einen Rückbezug herstellt, den sie aber auch wieder mit aktuellen Bezügen dann durchdrängt. Also für sie ist aber auch in der Art und Weise, wie sie erzählt, es sind Zeitschleifen letztendlich. Diese Videoinstallation wiederholt sich in 32 beziehungsweise 84 Minuten als Dauerschleife. Also es ist ein anderes Zeitkonzept, das dahinter steht. Und insofern ist das auch ein bisschen so ein Spiel mit Zeit und Zeitebenen. Trotzdem nichtsdestotrotz, wir haben eine historische Sammlung und der Zeitpunkt, auf den Lisa Rahners Werk Bezug nimmt oder das Ankerpunkt ist, sind die Kuxischen Reisen. Unsere Sammlung ist etwas später zustande gekommen, erzählt aber in ihrer Art auch letztendlich Begegnungsgeschichten. Und das sind dann eben diese Begegnungsgeschichten, die Hamburg dann mit den Pazifischen Inseln hatten. Und wir sind dann mitten auch in der Kolonialzeit und es sind dann auch Kolonialgeschichten, die dort auch durch- und anklingen. Und jetzt haben wir hier diesen einen Brückenschlag, dass wir uns auch in teilweise andere Gebiete des Pazifiks begeben mit der Auswahl, die wir getroffen haben und sozusagen hier dieses Narrativ erweitern. Wir erweitern es auch in einer gewissen zeitlichen Ebene, aber wir greifen oder haben auch versucht, dem nachzuspüren, was bei Lisa Rahner durchklingt, nämlich die Fragen von Repräsentanz. Wer spricht über wen? Was passiert? Was wird fortgeschrieben? Letztendlich stellt sich ja auch die Frage in der Wahrnehmung, für uns ist es jetzt ganz großartig, dass dieses moderne Kunstwerk hier gerade mit der Sammlung gezeigt wird, weil es auch dieser Spatenbildung etwas aufbricht. Die Wahrnehmung, ethnografische Sammlungen, ethnografische Themen, was haben die eigentlich mit Kunst oder mit moderner Kunst zu tun? Das heißt auch unter diesem Gesichtspunkt, dass die Objekte, die wir haben aus ihrer Instrumentalisierung in völkerbeschreibender Hinsicht zumindest reflektiert werden vor diesem problematischen Hintergrund. Was passierte eigentlich dadurch, dass sie in ethnografische Sammlungen gekommen sind? Welche Kriterien griffen damals beim Sammler? Warum wurden sie mitgenommen? Das sind jetzt alles Fragen, die mitschwingen und eigentlich gerade durch dieses Wechselspiel mit dem Werk von Lisa Rahner verstärkte durchklingen. Es gibt auch Fragen von Schender. Das war vor allem auch für Emilie Chakreleng, meine Co-Kuratorin, so einen Punkt nochmal nachzuspülen, welches Frauenbild wird eigentlich transportiert durch Sammlerinnen, also durch die Personen, die die Sammlungen angelegt haben. Wie erfolgte die Auswahl? Was weiß man dann überhaupt davon? Wer hat das hergestellt? Dass jetzt tatsächlich auch bei bestimmten Werken verstärkt auch der Anteil von oder Aspekte von weiblicher Tätigkeit mit einfließen können und wie das auch wahrgenommen wurde. Und wie gesagt, Fragen von der Repräsentanz, Fragen von Zeit, also das war alles, aber wie findet man das in der Sammlung? Das waren jetzt alles so... Das klingt alles unheimlich dicht sozusagen und man denkt auch sofort so, okay, wenn man diese ganzen Themen, die du jetzt gerade aufgefächert hast, die sind eigentlich in der Ausstellung viel einfacher sogar noch zugänglich. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, als ich sozusagen da durchgegangen bin, hat man wirklich sozusagen diese Themen, auch gerade Gender, Kolonialismus, das Verhältnis Kunst, Ethnografie, das ist relativ einfach zugänglich in der Art und Weise, wie es in der Ausstellung gezeigt wird. Eine Sache ist mir noch aufgefallen und die würde ich sehr gerne ansprechen und zwar, dass Lyrik eine Rolle spielt in der Ausstellung. Und das ist ja erstmal ungewöhnlich oder nicht häufig der Fall. Und das hat mit Sicherheit auch was mit der Co-Kuratorin, mit Emilie Jackie Leng, die ja selbst Lyrikerin ist, zu tun. Aber es gibt dort ein Gedicht, On Cooking Captain Cook von Brandy Nalani McDowell. Und da würde ich sehr gerne von dir so ein bisschen erfahren, wie dieses Arbeiten, wie dieses Einbringen, dieses Integrieren von Lyrik und kuratorischem Arbeiten, wie das so deine Praxis verändert hat, des Kuratierens und welche Rolle das gespielt hat. Dass du, weil das Gedicht ist eigentlich ziemlich spannend, vielleicht kannst du sogar kurz erzählen, um was es an dem Gedicht geht und was dieses On Cooking, also sozusagen Captain Cook Kochen, wie man sozusagen Captain Cook kocht. Ja, dass du da vielleicht kurz was zu erzählst. Ja, wobei genau das ist jetzt, finde ich, in gewisser Weise auch so die Schwierigkeit, weil gerade durch dieses Gedicht, finde ich, ergibt sich so ein ganz eigener Zugang. Das ist eine ganz eigene Erzählweise, die auf einer anderen Ebene funktioniert oder jeden Besucher auch irgendwo anders abholt, auf andere Weise. Insofern korrespondiert das aus meiner Sicht zumindest auch ganz wunderbar mit dem Werk von Lisa Rehana, die auch den Besucher medial auch ganz anders abholt. Das sind ja teilweise lebensgroße Figuren, die ganz sacht an jemanden vorbeigleiten. Und wenn man dann selber mit vorbeigeht, das ist eine ganz eigene Dynamik, die da entsteht und eine ganz eigene Interaktion mit dem Besucheren. Und auch die Lyrik oder auch dieses Gedicht ist ein eigener oder eröffnet einen ganz eigenen Zugang, sich mit einem Thema auseinanderzusetzen. Hintergrund ist der Tod von Captain James Cook, der übrigens auch im Werk von Lisa Rehana eine Rolle spielt und da auch eben dargestellt wird. Und da gibt es unglaublich viele Diskussionen darüber, wie das zu interpretieren, zu werten, zu reflektieren und unglaublich viele akademische Diskussionen dazu. Und genau da kann man sagen, ist dieses Gedicht ein ganz genialer Bruch. Ich nehme es jetzt vielleicht nicht vorweg, das sollte vielleicht auch den Besuchern ganz spannend überlassen bleiben, sich dieses Gedicht selber auch anzugucken. Aber es berichtet eben einfach diese verschiedenen Perspektiven, die von verschiedenen Leuten oder das verschiedene Verhältnis, das verschiedene Personen zum Tod von Captain Cook haben, wie das eben auch interpretiert wird. Ziemlich spannend. Und ja, vielleicht zum Abschluss nochmal so zwei Sachen, die wir hier auch hier im Zwischenraum häufig aufgreifen, was mit Neupositionierung zu tun hat, was mit der neuen Dauerausstellung zu tun hat, was mit neuem kuratorischen Arbeiten zu tun hat. Und du hast ja schon berichtet, ihr wart zusammen, habt diese Ausstellung zusammen kuratiert mit der ersten Fellow unserem Mark-and-Motion-Programm, also des Programms von der Initiative für Ethnologische Sammlung der Kulturstiftung des Bundes, was für drei Jahre eigentlich die Neupositionierung hier am Haus unterstützt. Das heißt, ihr wart zu zweit erstmal bei dieser Ausstellung und ihr werdet Inhalte, die wir jetzt hier auch aufgegriffen haben und in dieser Ausstellung thematisiert werden, auch werden sich wiederfinden in der neuen Dauerausstellung, die wir in ein paar Jahren hoffentlich dann hier im Museum zeigen werden. Also wir arbeiten ja momentan alle an dieser neuen Dauerausstellung. Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was sagen, was sozusagen an Erfahrungen, an den Erfahrungen mit deiner Kollegin, vielleicht aber auch an inhaltlichen Punkten, die du dir erarbeitet hast, inwiefern das so sich vielleicht einfließen wird in die Überlegungen und deine Überlegungen letztendlich auch für die neue Dauerausstellung. Also ich denke auf jeden Fall, dass eine der großen Herausforderungen auch wirklich sein wird, diese historischen Sammlungen so zu aktivieren, dass sie uns auch heute ansprechen und auch Bezüge zu unseren heutigen Lebenserfahrungen dann auch haben. Und da war für mich tatsächlich auch diese Auseinandersetzung mit dem Werk von Lisa Reihana eine sehr, sehr große Bereicherung, weil, gut, Captain James Cook ist vergangen, aber nichtsdestotrotz die Nachwirkungen oder auch die weitere Interpretationsgeschichte, das sind Fragen, die die Menschen heute bewegen, in der Identitätsfindung, in dem exotisierenden Kontext, in dem man sich immer wieder findet, in den Stereotypen, mit denen man konfrontiert wird und mit denen Lisa Reihana spielt. Und das, denke ich, wird mich zumindest auch sehr stark weiter bei der Dauerausstellungsplanung begleiten. Welche Auswirkungen haben eigentlich die oder Nachwirkungen sind greifbar in unseren Objektbeständen und wie lassen sie sich heute auch in Zusammenarbeit gerade mit Personen auch aus den Herkunftscommunities mitaktivieren, um sie in die Jetztzeit auch wieder zu holen und um relevante Fragestellungen auch für unser heutiges Leben wieder aufgreifen zu können. Und dass wir auch versuchen sollten, zu experimentieren weiter, auch in den Vermittlungsformen, auch das ist nochmal ein Punkt. Also Lyrik ist ja bereits erwähnt worden, moderne Medien auch. Die Frage ist, welche Formen kann das Ganze annehmen, welche Dialogformen gibt es? Und also da ist viel zu tun und letztendlich sind aber auch wirklich viele der Schlüsselfragen klingen tatsächlich auch in diesem Werk von Lisa Reihana an. Und insofern ist da, denke ich, etwas angestoßen worden, was jetzt weiter zu verfolgen ist. Klingt unheimlich spannend. Und ja, vielen Dank, dass wir uns dazu unterhalten konnten und dass du ein bisschen berichtet hast von deiner Arbeit an der Ausstellung und über diese Ausstellung berichtet hast. Bei uns im Markenmotion-Podcast. Und ja, ich bedanke mich natürlich bei der Kulturstiftung des Bundes, die das unmöglich macht. Und ich bedanke mich vor allem bei dir für die Zeit und für das Gespräch. Und lade alle ein bis zum 4. Oktober. Also wirklich noch sozusagen bis Anfang Oktober, sich die Ausstellung tatsächlich anzugucken und zu uns ins Markt zu kommen. Herzlichen Dank. Danke, Janett. Danke, ebenso. Super. Danke, ebenso.